Freuen Sie sich auf die reizende Gila von Weitershausen. Sie haben es verpasst. Im romantischen Interview. Ich war irresinnig nervös, mit diesen ganzen großen Stars zu arbeiten. Und in ihren schönsten Filmen. Im Moment bin ich wirklich an etwas anderem interessiert. Stars im Interview mit Gila von Weitershausen. Ja, das ist ja großartig. Am 13. Januar ab 20.15 Uhr. Nur auf Romance TV. Zeit für Gefühle.